Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So was kann sich doch nur ein Weichei dahin kleben Dieser Jesus war doch ein Schwächling Bist du sicher, Dirk? Jupp Hallo, habt ihr das richtig verstanden? Jesus soll ein Schwächling gewesen sein? Oh, ist das deine, Schaukel? So ist es, mein Kleiner Wie wär's denn, Jungs, wenn ihr mir beim Essen Gesellschaft leistet? Oh, ja, gerne Mann, hast du gesehen? Das war ein Brocken Pass auf, was du sagst, Billy Joe Klätzt euch, Leute Lasst uns beten Herr, wir danken dir für dieses Essen in Jesu Name Amen Das hat mir ja noch gefehlt Duke, wie kommst du drauf, dass Jesus ein Schwächling war? Meiner Meinung nach Jeder, der dem Feind eine andere Wange bietet, ist ein Feigling Was meinst du, wenn der Allmächtige Gott sich in einen Menschen verwandeln könnte Aber die göttliche Kraft in ihm bliebe Und irgendein Kern ihn zum Kampf herausfordert Wer würde wohl gewinnen? Was? Das wäre kein gerechter Kampf? Der Gottmensch würde ihn töten Sollte Gottmensch ihm die andere Wange bieten? Er müsste sogar Das wäre, als würde man Superman bekämpfen Nur schlimmer Ich will dich mal wach, Rüttel, Duke Die Bibel sagt, Jesus hat das Universum gemacht Er ist der Allmächtige Gott in Menschen gestaltet Jesus ist dein sogenannter Gottmensch Mach keine Witze Bestimmt nicht, es war sein Auftrag, die Erde zu besuchen, um deinen Kragen zu retten Das verstehe ich nicht Ich auch nicht Wenn in deinem Haus ein Feuer ausgebrochen wäre Und du, deine Frau und die Kinder würden noch schlafen Und ich käme vorbeigefahren und sehe das Feuer Würde euch aber nicht aufwecken, weil mir deine Nase nicht gefällt Was würdest du davon halten? Was? Wir sollen alle verbrennen, nur weil du uns nicht gewarnt hast? Wo ist es? Mann, dafür würde ich dich hassen Ich würde dich für ewig verfluchen Ich würde dir nie verzeihen Du wirst gemeiner als ein Mörder Dann wahlre ich dich jetzt, Duke Dein Haus brennt Du bist auf dem direkten Weg zur Hölle Und Satan lacht sich eins ins Fäustchen Was? Bist du verrückt? Was dauert so lang? Das Essen wird kalt Zwei mächtige Personen kämpfen um dich Und im Moment hat dich der Teufel Und du bist so geblendet, dass du es nicht mal weißt Die Bibel sagt Alle haben gesündigt, also auch du Und die Herrlichkeit dort ist verloren Das bedeutet, du kommst nicht in den Himmel Heißt das, dass ich für immer in der Hölle schworen werde? Absolut Aber es muss sich so kommen Meinst du, dass ich aufhören soll, zu saufen, fluchen und meine Frau zu betrügen Und stattdessen in die Kirche gehen und ein gutes Leben führen? Nee Das würde dir nichts nützen, Duke Du kämst trotzdem noch in die Hölle Das mach ich doch auch Ich brauch mehr Kaffee Wo ist die Kellnerin? Langsam, Kumpel Das einzig Gute, was du gesagt hast War, dass ich nicht in die Hölle gehen muss Wie soll denn das sonst laufen? Um auf deinen Schwächling zurückzukommen Hättest du den Mut, in eine Stadt zu gehen Auch wenn du weißt, dass man dich dort töten wird? Niemals Er hatte ihn, Duke, er tat es für dich Als er in jene Stadt kam, wurde er zu Unrecht beschuldigt Man schlug ihn mit einer Peitsche, an der sich Metall und Knochenschlitter befanden Das zerschnitt seine Adern, seine Haut hinten in Fetzen Eigentlich hätte er schon sterben müssen, bevor sie ihn ans Kreuz nagelten Duke, für dich hat man ihn zu Brei geschlagen So sehr hat er dich geliebt In der Bibel steht, dass sein Gesicht so zerschunden war Dass es den grausigsten Anblick bot, den du jemals gesehen hast Dann starb er an dem Kreuz Er vergoss sein kostbares Blut, um deine Sünden abzuwaschen Er wurde hingerichtet für deine Verbrechen gegen Gott Er ist von dem Toten auferstanden Und ist jetzt im Himmel, wo zur rechten Gottes des Vaters sitzt Wenn er in einigen Jahren wiederkommt, um die Erde zu regieren Werden die Menschen flüchten und sich verstecken So wird es sein, wenn Jesus die Armeen der Welt auslöscht Die ihn bei der Schlacht von Armageddon bekämpfen Das wird Jesus machen? Jupp, er kommt in Macht und Herrlichkeit Und dann wird es ernst Am jüngsten Tag, wenn alle, die in ihren Sünden gestorben sind Jesus aus ihrem Richter gegenüberstehen Vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel Sagt die Bibel hierüber Er wird dafür sorgen, dass sie in den Feuersee kommen Und du hast ihn als Schwächling genannt? Was kann ich tun, dass sein Blut mich von Sünden frei wäscht? Jesus sagt, tut Buße Das heißt, bereue deine Sünden und wende dich von ihnen ab Und bitte Jesus, in dein Herz zu kommen und dir zu vergeben Er wird es tun Lasst uns beten Kann ich das auch beten? Aber gewiss, setz dich zu uns Wo ist Martha? Sag mal, spinne ich Oder sind die da drüben am Beten? Weißt du, was ich herausgefunden habe, als wir in dem Imbiss gebetet haben, Billy Joe? Na was denn, Jupp? Dass Jesus mehr Mut gehabt hat, als alle Menschen, die jemals gelebt haben Und deswegen liebe ich ihn Ich auch, dir Ich auch Ich auch, dir Bis zum nächsten Mal.